einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauerinnen und zuschauer und herzlich willkommen zum letzten webinar vor weihnachten es ist nicht das letzte webinar dieses jahres wir machen noch zwei weitere zwischen den jahren wie man hier so schön sagt aber heute vor weihnachten das letzte interessante trade möglichkeiten gestern hatten wir auch feine sachen die wirklich gut in unsere richtung gelaufen sind und von der seite her freue ich mich auch auf den heutigen ausblick dann gibt es natürlich hier auch die große schau der wichtigsten indizes und dem edukativen teil kümmern wir uns mal wieder hier ein bisschen um das trend und elena ich habe dir das versprochen wir hatten damals wo ich noch in der bank gearbeitet habe habe ich mal irgendwann eine krawatte geschenkt bekommen die ich nur zu weihnachten anziehen kann einfach deswegen weil es eine weihnachtskrawatte ist und ich habe der elena versprochen heute ziehe ich die krawatte an letztes webinar vor weihnachten und hier ist der weihnachtsmann sozusagen hier im webinar mit dabei begleitet und hat hoffentlich ein sack voller guter gaben für das nächste jahr dabei dass wir alle hier nächstes jahr auch wirklich gut traden können ich hoffe dass weihnachtsjahr beziehungsweise das jahr bis weihnachten war für alle gut ich habe mich gefreut über die dinge die hier geschehen sind von der seite her wünsche ich das gleiche allen die hier auch immer zuschauen und ganz ganz wichtig train sie mit tickmel warum es ist ein klasse broker top konditionen wirklich spitzenmäßig schaut euch mal die website an das ist etwas das kann ich wirklich ja ruhigen gewissens auch empfehlen kompetitiv und das passt jetzt gucke ich erstmal in die liste wer heute alles da ist ludger olaf elena christian guten morgen fernando auch dabei ich freue mich fernando dich habe ich gar nicht erwartet ich glaube du hattest dich doch verabschiedet in den weihnachtsurlaub aber sei es drum viele zuschauer sind immer gut theo wunderbar klasse also gehen wir rein in den tag von heute natürlich vorab wieder der risikohinweis der handel mit devisen und cfd ist auf margen der kann zu verlusten führen alles was wir hier sehen sind sozusagen veranschaulich und keine handelsempfehlung unterstellt auch alles meine eigene meinung da das ist wichtig hier mit zu beachten gucken wir was heute denn auch alles kommt wir schauen in die handelsideen wir machen den großen wochenausblick in die analyse der großen indizes und hier das thema heute trendverortung und trading mit heben das heißt wir gucken heute wieder mal in die trends rein diejenigen die letzte woche schon da live dabei gewesen sind die werden das wahrscheinlich sich noch sozusagen in den hinterköpfen war da war doch vorige woche auch irgendwas mit hebeln ja war es wir hatten letzte woche eine technische sache wo wir das video nicht online stellen konnten ich weiß aber dass das ein wichtiges thema ist deswegen habe ich das in nuancen heute noch mal mit aufgenommen damit wir das auch allen die hier nebenbei zuschauen das heißt nicht live dabei sein können ich weiß ja viele schauen die videos auch immer im nachgang dass das wichtige thema natürlich auch für alle entsprechend mit da ist also das hier zu den heutigen themen auf der agenda gucken wir wie immer in den tages nachrichten überblick da fangen wir mal an in großbritannien gibt es um 10.30 Uhr das bruttoinlandsprodukt 14.30 Uhr der ganze spaß auch aus den usa das bipp in usa und 14.30 Uhr ebenfalls die auftragseingänge für langlebige güter was gibt es noch heute kam um 8 uhr der gfk konsumklima index da ist quasi schon mit durch wichtiges thema hier was machen denn die verbraucher in deutschland wie geht es denen wie sind die entsprechend auch gelaunt das ist schon durch das wird im dax auch mit eingearbeitet was am nachmittag noch kommt ja wir wissen es hier noch mal thema preisindex die uni michigan hat die konsumentenerwartungen auf der uhr heute um 16 uhr und heute abend hier unten stets geschrieben ab 21.30 Uhr hier zwar die briten vorneweg aber es gibt mal wieder einen einblick in das thema rohstoffhandel future handel all diese dinge und wo wir gerade beim thema futures sind heute ist letzter verfalltag in 2018 das heißt da wird es auch wieder sehr sehr spannend was das thema hier angeht mit den indizes hexensabbat ist halt immer sehr sehr wichtig und kann zu guten starken bewegungen führen oder aber zu nichts führen man weiß es nicht aber es ist auf alle fälle etwas das man im hinterkopf haben muss so damit rein in die charts was habe ich vorbereitet diejenigen die den blog schon gelesen haben die werden es wissen austral dollar kann dollar euro tschechische krone und das cable habe ich heute in die handelsideen mit reingenommen und da starten wir auch gleich hier direkt im meta trader mit dem stereo trader add-on und blicken in die märkte ich habe gerade hier den great britain pound us dollar also das cable im tageschart schön der abwärtstrend in seiner korrektur und interessant ist hier folgendes zu sehen wir haben hier etwas ähnliches wie wir momentan auch bei den indizes oft sehen nicht immer aber oft in einem bärenmarkt in abwärtstrends hat man häufig innerhalb von korrekturen auch die situation dass wir anstiege wieder abverkaufen und genau das gleiche bild sehen wir hier wir haben hier übergeordnet den abwärtstrend untergeordnet den abwärtstrend also wieder schönes thema zusammen fließen von trendgrößen einer zeiteinheit da braucht man nicht zwei zwangsweise eine zweite zeiteinheit sondern man kann das ganze schön zum schreden benutzen wir sehen was hier los ist hier oben hier ist ein deckel drauf bei 1 27 0 41 waren hier so spikes oben rein hier der ganze spaß schon mal gewesen immer wieder abverkaufsdruck das zeigt uns wir haben hier eine relativ tiefe korrektur wir haben hier in diesem bereich um diese marke ich zeichne das mal ganz kurz ein hier in diesem level hier damit man das gut sehen kann das ist so ein bereich wo sich dieser untergeordnete trend fortgesetzt hat da will der markt mal ran aber nicht so richtig drüber das ist ein zeichen von schwäche heißt also bleibt es bei dieser schwäche und wir haben hier die situation dass sich ein dreieck bildet dann ist es im sinne dieses übergeordneten abwärtstrends eher wahrscheinlich dass wir nach unten als nach oben laufen heißt also der bruch nach unten bedeutet der abwärtstrend setzt sich wieder fort mit blick auf die tagestiefs sind hier zwei interessante bei 1 25 6 3 9 und 1 25 2 8 8 wenn der trend sich fortsetzt selbstverständliche unten als nächster anlaufpunkt für eine trendfortsetzung ist natürlich hier die marke um 1 24 7 7 das ist ein wichtiger punkt nach oben hin muss man auch immer so ein bisschen schauen weil der markt der kann ja noch weiter nach oben laufen die korrektur kann ja theoretisch bis hier hoch gehen also das heißt wir können ja in diesem markt bis ans obere ende korrigieren heißt also nachkommen mit hoch hier wo ist der punkt hier ist der punkt also rein theoretisch könnte der markt der bis hier hoch korrigieren da hat man unten drunter sogar noch einen weiteren trend anlauf es gibt hier eine ganze menge was man aus diesem chart auch rausholen kann aber das spiel haben wir momentan noch nicht wir haben definitiv eher den blick nach unten das sehen wir von hier oben das dreht sich erst dann ein bisschen um wenn wir wirklich hier oben drüber laufen dann setzt sich die stunde nach oben hin fort nächster anlaufpunkt wäre hier die marke um 1 27 5 8 8 beziehungsweise knappe 5 9 hier in diesem bereich das ist das hoch schauen wir uns das ganze mal eben in der stunde an ich hatte es ja angesprochen und da sehen wir momentan einfach dieses zusammenlaufen hier hier sehen wir diesen schub von unten oben geht es nicht richtig drüber hinaus und das sind einfach die marke aber wir sehen halt auch dass sich dieser schub nach oben innerhalb eines aufwärtstrends mit gibt und wenn der hier oben drüber springt das wäre dann ein signal dass dieser trend der stunde hier im großen fluss nach oben weiter geht wie schon gesagt die verortung dieses dreiecks hier an dieser stelle ist aber eher ein bärisches zeichen das heißt der normalfall würde eher so aussehen dass der markt hier nach unten weg bricht und das gibt uns dann das potenzial in trendrichtung des tages mit rein zu laufen alles andere wäre dann die sogenannte ausweitung der korrektur wo es danach hingehen kann schauen wir uns mal kurz in der woche an da haben wir nach unten natürlich einiges noch liegen hier sehen wir es hier ist das aktuelle trend tief und was wir dann liegen haben sind hier drüben natürlich die punkte aus dem markt da hier so stück für stück nach oben geschwungen da haben wir immer mal für das trading einige punkte liegen hier unten in diesem bereich ich hänge gleich mal noch zwei marken dran einmal hier um die marke so ganz grob was haben wir 1 28 7 1 28 6 da unten und dann etwas tiefer noch die marke hier bei 1 19 9 in etwa da sind dann anlaufpunkte beziehungsweise den hier oben müssen wir auch noch mit reinnehmen der darf natürlich nicht in vergessenheit geraten da ist noch einer davor hier in diesem bereich um die marke von 1 21 das sind dinge nach unten die kommen nicht von heute auf morgen aber das potenzial nach unten hin ist auf alle fälle da heißt also hier ist ja der erste große bewegungsschwung der woche gewesen dann gab es die korrektur dann ist der trend entstanden und wenn sich so ein trend in einer zweiten bewegung fortsetzt heißt das halt wir sehen hier irgendwann an irgendeiner stelle korrektur und haben dann in der woche auch das potenzial nach unten also sehr schön was wir hier sehen bleibt wirklich spannend das behalten wir hier in den handelsideen am morgen natürlich immer weiter im auge nächster chart gehen wir rein zu unserem tschechischen nachbarn das ist eine währung die haben wir nicht ganz so oft auf der uhr aber es gibt natürlich immer wieder auch hier interessante sachen zu sehen etwas das ich hier gefunden habe habe ich mit blick ja in den wochenchart gesehen wir haben ja hier in der tschechischen krone schön diesen aufwärts schub hier oben gehabt hier oben ist eine maßnahme der tschechischen notenbank ausgelaufen dann gab es diesen schub nach unten jetzt entwickelt sich der markt so tendenziell ein bisschen hoch das sehen wir ja hier er hat definitiv diesen abwärts schub hier raus genommen ist über dieses hoch hier drüber gelaufen mit dem untergeordneten abwärtstrand der hatte damals schön tief korrigiert er ist hochgelaufen hat aber kein neues hoch geschafft ist vorher herumgedreht und jetzt wird sie an dieser stelle spannend was passierten hier wir sehen untergeordnet natürlich hier diesen kleinen abwärtstrend das sieht man sehr schön auch auf tagesbasis das ist der korrektur trend der der woche jetzt schieben wir schon wieder hier nach oben jetzt wird es spannend starker move nach oben hier korrekturmuster eine flagge bricht der markt hier oben raus und er zeigt uns momentan ja stärker an er lief vor wochentief deutlich nach oben der kurs hier läuft es oben rüber wäre das ein frühes signal dass der markt hier wieder reingehen kann und dann wäre die potenziale gegeben in diesem bereich hier oben um die 26 07 beziehungsweise hier oben ran die 26 179 hochzulaufen das wäre gegeben fein unten raustreten so schnell wie die signale auch bestätigt werden das ist dann natürlich sehr sehr interessant für die marke nach oben das können wir uns hier anschauen und wir schauen uns das ganze gleich auch mal noch im tageschart an vorher noch kurz die marken oben hin wichtig ist ein wochenmarken heißt also hier anlaufpunkte nach oben hin um die marke von 1 25 9 beziehungsweise hier oben haben auch zwei wochen hoch liegen bei 1 25 9 6 8 also das liegt alles relativ nah beieinander hier kann einiges kommen blicken wir uns das ganze mal im tageschart an da sehen wir auch schön die schwinge ich mache das kurz etwas näher beziehungsweise kleiner zusammen dass wir sehen kann hier aber sehen wir sehr sehr schön diesen kanal nach unten laufen wie schon wenn es hier oben drüber geht das wäre dann das signal dass wir hoch laufen können und hier sehen wir dann entsprechend auch die marken die wir gerade im wochenchat auch haben aus den schwüngen heraus die wir hier sehen konnten das sind dann anlaufpunkte weil dort möglicherweise orders von händlern liegen die das ganze hier nach unten getradet haben und ihre positionen dort entsprechend auch mit absichten also das hier in den blick euro tschechische krone und dann möchte ich gerne noch in das währungspaar austral dollar kann dollar blicken auch wieder immer schön zu schweden die australische währung hier haben wir etwas ja sehr 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 interessantes aus meiner sicht dass ich liebe solche situationen da zeigt uns der markt wirklich an schau hin hier kommt was großes wenn ich es mache das ist immer die frage da kann man jetzt lachen oder nicht aber ich freue mich immer weil das ist ja die handelsvorbereitung und wenn solche setups dann ab anlaufen dann hat man das ganze ja ich möchte mal kurz bevor wir hier auf den kandeller eingehen den den trade zeigen hier in euro austral da haben wir ja auch drüber gesprochen wo ich gesagt habe saubere sache damals hatten wir schön den weg nach unten getradet hier kam der ausbruch nach oben trendbruch das war die schöne korrektur und das war genau so ein punkt da habe ich gesagt das ist einfach hervorragend weil es ist einfach entschuldigen die worte aber es ist einfach so geil wenn man die märkte so schön planen kann und das auch gespielt wird man muss es nur oft genug mal es geht oft genug schief aber es geht auch sehr 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 oft richtig richtig gut da kommt das thema risikokontrolle ins spiel und wenn wir mal schauen wir haben damals als wir da gesprochen haben standen wir hier unten und da habe ich gesagt hier da kommt trendentstehung rein das heißt da ist die chance da hier unten raus wenn der markt aus dieser korrektur rauskommt dass wir hier einen aufwärtstrend bilden und dann kommt schub rein das passiert bei dieser währung sehr sehr oft und dann haben wir hier punkte genannt aus dem untergeordneten trendverlauf der stunde schaut euch mal an wo der schon reingelaufen ist das ist einfach genial das macht spaß das sind die punkte warum ich jeden morgen hier die märkte angucke und schöne schöne trades raussuche und jetzt schauen wir uns wieder den austral dollar kann dollar an und da sind wir in einer ähnlichen situation das riecht einfach danach dass der markt nach unten umdrehen will wenn er es tut warum wie komme ich denn darauf man kann ja jetzt mit blick in den tagesschat sagen was will der seidel hier ist doch ein schöner aufwärtstrend der einfach nur tief korrigiert ist na klar das ist ein aufwärtstrend der einfach nur korrigiert ist hier haben wir eine seitwärts schwelle laufen unten tief oben hoch tingelt der markt hin und her klar alles wunderbar so und jetzt bitte einmal festhalten guckt euch mal an was das wird jetzt habe ich mal den wochenchart aufgemacht und im wochenchart sehen wir einen abwärtstrend der sehr sehr tief korrigiert ist und guckt euch mal an was wir hier haben diese große schwarze kerze ist eine umkehr kerze umkehr kerze heißt innerhalb der verordnung dieses trends tiefe korrektur und eine umkehr kerze das doch ein geniales zeichen das ist mein reversal pattern und wenn das ding bestätigt wird dann kann es gut und gerne sein dass der markt sogar bis hier runter läuft das ist doch genial wenn wir mal schauen wie wenig hier oben war und wie viel hier unten noch vor uns liegt und wir die frage auch beantworten können wer nach uns verkauft das sehen wir nämlich hervorragend im tagestrend und das ist der punkt wenn wir hier runter laufen wir zeigen uns ja gerade wieder die schwäche dass der markt nicht richtig hoch will dann haben wir die chance dass sich jetzt hier der abwärtstrend bildet und dann haben wir einen abwärtstrend laufend in richtung auf tagesbasis laufend in richtung des abwärtstrend der woche das ist total genial und da sehen wir viel 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 potenzial nach unten der markt muss es spielen das ist ganz klar da muss man auch sehen wie man seine eigene handelsstrategie einbaut er all in ist immer eine blöde sache bei solchen singen aber bitte das ist die situation die eigenen schweiz spielen da natürlich eine große rolle nur das ist jetzt der punkt hier entsteht der abwärtstrend und wir wissen ja selber welche macht trends haben wenn sie noch jung sind da kann viel viel bei rauskommen das ist wichtig und das können wir schön für unser trading nutzen mit blick nach unten hier das ist der punkt wenn dieser unterschritten wird wird der tagestrend auf basis hier gebrochen thema hier unten 0 95 2 4 0 beziehungsweise etwas tiefer steht schon das nächste korrektortief bei 0 94 8 78 da haben wir naheliegende punkte und dann können wir den trend reiten wenn er entsteht das ist fein kommt es nicht dazu nimmt er dieses level hier unten als das was es momentan noch ist boden möglicherweise und schiebt nach oben dann kann das ganze natürlich auch passieren dass wir wieder hier oben ran laufen dann wird es interessant hier die frage gehen wir oben drüber oder nicht das beantworten wir ein anderes mal also das heißt jetzt großes potenzial nach unten zu laufen auch potenzial nach oben zu laufen alles offen aber mit blick in die woche ist es sehr charmant was hier uns gerade gezeigt wird damit also hier fertig mit der besprechung der heutigen handelsideen und damit machen wir einfach in der normalen reihenfolge für die freitagswebinare weiter wir schauen mal in die ergebnisse der wochenplanung für nächste woche nächste woche o überraschung weihnachten ja also wir haben hier bei uns in deutschland feiertag in amerika ist am heiligabend noch ein bisschen handel aber wer handelt da noch also das große geld ist weg von der seite her ich gehe mal davon aus da wird nicht wirklich viel passieren wichtige nachrichten kommen dann am donnerstag und am freitag noch einmal da gibt es das konfront konfront sport verbrauchervertrauen für den monat dezember hier um 16 uhr und die verkäufe neue häuser alles beides aus den usa und am freitag gibt es die rohöl lager bestände wichtig für alle die auf den rohölpreis auch schauen und wir wissen noch nicht genau wann aber es wird kommen der fettvorsitzende paul nimmt hier stellung das ist immer sehr wichtig da wird viel daraus gelesen weil es geht da um nichts geringeres als die wirtschaftliche entwicklung in den usa und das ist ein sehr sehr sensibles thema also sind wir mal gespannt was denn da kommen wird und ich würde sagen damit gehen wir gleich rein in die märkte wir waren schon beim us markt und dann gucken wir doch einfach mal in die große marktanalyse rein die wir hier machen können wie schon gesagt wenn fragen sind oder ein wunschschad existiert bitte einfach in die entsprechenden chats hinein posten rolf ich grüß dich habe gar nicht gesehen dass du auch dabei bist das freut mich sehr also wenn fragen sind bitte einfach hier direkt in die entsprechenden chats rein auf facebook oder auf go to webinar und dann können wir uns das ganze hier gemeinsam auch mit anschauen also gehen wir in die charts hinein wir fangen mal wieder an bei dem lieblings chart der deutschen den dax hier haben wir ich mache mal kurz etwas kleiner die ganze sache hier haben wir mehr platz was haben wir hier im dax ach das ist wieder so hässlich leute ich mache das mal anders ich gehe in einen sauberen chart rein ich mag das immer nicht ich mag es gern aufgeräumt wenn wir hier an dieser stelle miteinander arbeiten das heißt wir nehmen einfach hier mal ein neues chartfenster und gucken uns den dax in diesem neuen chartfenster entsprechend auch an und da sehen wir hier was hier kommt wir brauchen nicht die 15 minuten wir brauchen erst mal schön den tag und hier sehen wir wieder in hervorragender manier wie fein der abwärts trend schön nach unten läuft und sich immer weiter fortsetzt das ist ein schöner bärenmarkt rallye 2.0 dieses jahr mal abwärts gerichtet wir haben es ja das laufende jahr schon gesehen und alle haben auf eine weihnachts rallye gewartet nur die kam einfach nicht was da kam waren immer mal kurze rücksetzer nach oben und die wurden immer wieder genommen um nach unten ab zu verkaufen und so sieht das ganze aus hier im kleinen auf die bewegung sind wir jetzt unter das tief hier drunter gelaufen also die steht ordentlich in bewegung das heißt es könnte ich auch mal eine korrektur kommen die man natürlich von schnepper nach oben immer wieder nutzen kann aber im großen bild wenn wir uns das ganze jetzt mal in der woche anschauen dann sehen wir einfach wo wir hingelaufen sind wir sind hier unter wichtige marken drunter durchgelaufen also hier waren support da sind wir einfach richtig drunter gut die alten supports die brauchen uns hier oben nicht mehr anzugucken das hier oben das war die marke von 10.800 punkten die hat der markt diese woche auch noch mal angeschnuppert aber wir sehen wir stehen momentan bei 10.576 zählern das ist nicht wirklich was nächster anlaufpunkt hier auf der untersätze das wäre irgendwo dieses level hier in diesem schwankungsbereich hier unten da ist der markt immer mal an gelaufen schon in der vergangenheit das heißt das war ja hier diese korrektur die sich hier rausgezogen hat korrektur tief die lag hier unten beim wert von knapp was haben wir im low gehabt na gute 10.000 punkte also hier unten die 10.000 punkte marke die ist hier interessant an dieser stelle das heißt hier ich mache das ganz kurz mal etwas größer dass wir das besser sehen können so hier rein und dann packe ich einfach mal die 10.000 hier rein so zack so einfach kann man das hier gestalten für die analyse das heißt hier unten ist ein wichtiger bereich den man auf alle fälle immer mit im auge behalten kann vorher vor der 10.000 gab es ein bisschen gerangel aber das ist ein wichtiger marker es ist nicht ausgeschlossen dass dieser abwärtstrend einfach noch bis da unten hin läuft ich meine wir können sogar noch tiefer laufen nur wir müssen ja so ein bisschen planung machen was aktuell auch drin ist und das ist hier irgendwo die marke hier unten um die 10.000 punkte hier gibt es noch ein zwischentief was der markt an auch auch anlaufen kann das ist ungefähr die marke von 10.400 punkten also auch das ist ohne weiteres noch drinnen dass der markt hier auch handelt im kürzerfristigen bereich viel platz bis darunter ist ja nicht mehr das kriegt man mittlerweile teilweise sogar über tagesschwankungen im dax hin so was ganze hier zu machen also das passt ganz einfach hier schön zusammen im dax schöner abwärtstrend das können wir sehr gut zum schweigen nutzen ich liebe ja das traden aus korrekturen heraus jetzt stehen wir hier weit in der bewegung da warten wir einfach mal vielleicht gibt es hier unten ein bounce und dann von oben nach unten wieder das bleibt spannend auf alle fälle der blick immer auch abwärts gerichtet und hier an dieser stelle möchte ich auch wirklich allen sagen weil ich kriege das immer wieder mit durch anfragen die ich jetzt auch im zeichen der online ausbildung die ich habe wo man einfach sagt mensch der dax der muss doch aber irgendwann mal wieder hochkommen da werden natürlich sehr sehr gern entsprechend die marker genommen die man hier nutzt wenn man mal eine nachricht liest dax könnte bei 11.000 punkten stehen und ich sage immer auch immer wirklich ja das könnte sein das ist kein problem nur lesen sie nicht so viel da kümmern sie sich besser um ihre trade vorbereitung und dann sehen sie was dann harmonisch einfließt und wie gut der markt entsprechend funktioniert funktioniert und da die eigenen setups zu gestalten das ist viel wichtiger als nachrichten zu lesen und zu hoffen dass der nachrichtenschreiber an dieser stelle recht hat das möchte ich auch mit meinen morning briefings hier machen also ich will hier nicht recht haben ich will auch nicht sagen wo es lang geht sondern einfach ein bisschen inspiration geben wo die märkte hinlaufen können damit hier der fokus aus den vielen vielen instrumenten auch auf bestimmte sachen einfach wo gerade action ist mitgerichtet werden kann dass ich dann jeder an dieser stelle hier entsprechend auch eigene handels setups basteln kann so damit gehen wir rüber in den us markt da schauen wir uns mal an das ganze hier im us 500 also das ist der s&p 500 hier sehen wir auch sehr sehr schön diesen starken ablauf und ich muss sagen endlich endlich ist dieses gerangel vorbei ja das war das war ja nervig was hier unten passiert ist hier in diesem bereich in dieser range zwischen hier oben die knapp 2800 punkte marke und hier unten um die 2600 punkte dieses hin und her über ewigkeiten ja man konnte das ganze schön treten von unten nach oben von oben nach unten aber es war halt immer latent dieses massive risiko dabei dass der markt doch unten runter bricht nun ist er endlich gebrochen und tara was sehen wir jetzt wir sehen jetzt natürlich auch der wochentrend ist gebrochen ich zeichne dass hier an dieser stelle noch mal ganz kurz ein hier war die letzte korrektur die lief bis runter dann kam hier die letzte bewegung hat an dieser stelle noch mal ein neues allzeit hochgeschrieben und das war so die marke hier unten um diese punkte marke hier in diesem bereich bei 2000 was ist es gewesen das war die marke um die 2600 hier unten genau jetzt haben wir hier das tief unten gehabt das ist sozusagen auch das jahrestief bis dahin gewesen um die marke von 2000 wo war das low bei 2500 war hier unten das low gewesen jetzt haben wir es endlich drunter heißt also der trend ist erst mal geschichte auf wochenbasis jetzt wird es spannend was passiert rücklauf und dann ein ordentlicher bärenmarkt oder nur drunter gelupft und wieder hoch das bleibt spannend aber es ist jetzt erst einmal eine entscheidung getroffen worden wo man einfach sagen kann gut jetzt haben wir hier ein signal bekommen wie sieht das signal aus das signal sieht so aus dass wir hier jetzt untergeordnet einen validen abwärtstrend haben so das ist jetzt unser freund und jetzt schauen wir mal was der freund hier macht das ganze hier also auf wochenbasis und wenn wir uns das ganze im tag auch anschauen dann sehen wir das gleiche hier der erste schub nach unten hier ist natürlich der abwärtstrend entstanden das haben wir oft genug thematisiert und dann ewigkeiten dieses getinge jetzt hat sich hier unten drunter ein kleiner abwärtstrend gebildet der läuft jetzt und den können wir sehr schön als taggeber nehmen wenn wir jetzt mal schauen was nach unten hin kommen kann wo interessante marken sind nach unten hin zum anlaufen da verrät uns der chart natürlich auch einiges und das sind dann natürlich werte die wir hier drinnen liegen haben wenn wir einfach mal auf den trend verlauf hier der hier gewesen ist wo hier markante levels sind wo der markt immer mal angehalten da haben wir hier einfach ein paar marken liegen die möchte ich jetzt einfach mal visuell ein zeichen da kommt es mir gar nicht so drauf an was dafür punkte wertigkeiten sind aber was ich einfach zeigen möchte ist es gibt dort noch einiges an potenzial die marke hier unten ist übrigens auch direkt ein bereich hier wo der markt auch mal oben drüber gelaufen ist wo eine trendfortsetzung gemacht hat solche marken sind auch immer von besonders hoher relevanz also hier ist nach unten noch einiges an potenzial da und das bleibt spannend weil das sind natürlich die marken die man dann auch im verlauf des nächsten jahres mit auf der uhr haben müssen das heißt wenn der markt hier nicht einfach zur jahreswende sich besinnt und sagt ach alles doch nicht so schlimm dass mit den zinsen ignorieren wir komplett den handelsstreit blenden wir komplett aus und auch dass die wirtschaft in den usa langsam so ein bisschen schwierig wird blenden wir auch aus und dann geht es ab januar nur strax nach oben das wäre schön dann richten wir uns einfach um aber ansonsten müssen wir einfach auch mit im blick haben was ist denn unten wo kann denn potenzial auch abgeholt werden das sind natürlich marken die sind für uns hier immer wieder wichtig und das brauchen wir auf alle fälle das ist sehr sehr schön und das können wir hier gut aus dem chart heraus mit lesen und damit schauen wir uns noch mal den technologie lastigen markt an der war ja der führer in den usa wenn wir uns mal die performance anschauen und hier blicken wir erst mal eben noch in den wochen chart hinein wo wir das ganze auch gut und gerne sehen können und hier haben wir jetzt das identische bild heißt also hier wir hatten hier die letzte korrektur und dann die letzte starke bewegung auch nach oben das zeichne ich hier in diesem fall auch gleich mal ein untergeordnet auch mit trendverlauf da haben wir hier oft genug darüber gesprochen und hier hatten wir ja auch diese marke hier unten und da hat der markt auch jetzt luft abgelassen ist runtergelaufen heißt also dass dieser trend auch erst mal invalide ist und jetzt kommt auch hier darauf an wie geht es denn weiter wo läuft der markt ran nach unten hin hammer einiges noch liegen auch ähnlich wie im s&p 500 gerade sehen wir das schöne marken im chart das wäre einmal dieses level und dann können wir uns auch so ein bisserl orientieren an den entsprechenden markanten tiefs ich sage hier mit absicht markante tief ist ein pikser mal runter gegangen das ist ein tief markant ist aber häufig wenn wir hier sowas haben wo ein paar mal gehalten wurde oder ähnlich wie hier unten in diesem bereich da ist der markt auch ein paar mal reingelaufen und wieder nach oben abgebreitet das sind so markante dinge da ging einiges um das ist das was auch häufig gute beachtung findet und da haben wir die unterseite entsprechend auch liegen das sind natürlich marken die bleiben dann im weiteren verlauf das werden wir dann auch im nächsten jahr sehen als anhaltspunkte da wenn der markt nach unten läuft wenn nicht gucken wir wieder nach oben hier sieht es aber momentan erst einmal so aus trendlose phase in der woche sozusagen weil der bruch ist raus und diesen bruch hat natürlich der abwärtstrend des tages geschoben das heißt der tag ist bei weitem nicht trendlos sondern der der tag ist in einem hervorragend konstituierten abwärtstrend der uns auch immer wieder schöne einstiegssignale herausgibt das haben wir jetzt hier der letzte trend steht mit sogar einem untertrend in einer ordentlichen bewegung drinnen hier kannst du noch gegenreaktion kommen die man dann natürlich aufgrund der weite auch häufig gut reden kann aber der blick erst einmal auf alle fälle von oben nach unten zu sehen so was haben wir hier noch daniel guten morgen wen haben wir noch acht der andreas ist auch da ich grüße dich andreas das passt sehr schön gut gut dann schauen wir einfach mal was wir hier noch haben ich würde sagen wir gucken eben mal noch in den ölpreis rein so hier rein hoppala das wti wenn man das mal sieht wo wir von vor ein paar wochen noch gestanden sind und wie schön dieser abwärtstrend des tages jetzt auch nach unten geht da fragt man sich echt wo kann denn das noch hingehen hat da ist man häufig ratlos und man kann nur erahnen wo es hingeht und wenn wir uns diese großen schwünge mal anschauen und hier auch wieder markante tiefpunkte sehen hier im wochenschatz dann fällt uns momentan eine marke sehr sehr stark ins auge hier das ist hier unten die marke ich klemmen da gleich mal noch ein preisschild dran hier unten dieser bereich um die 42 der ist sehr markant was ist daran markant hier 1 2 3 mal getestet und drei mal nach oben abgeprallt danach kam dieser massive schub nach oben bleibt spannend läuft da dran geht er wieder hoch oder läuft da drunter die opec macht ja maßnahmen versucht maßnahmen um den preis etwas aufzuhalten den preis verfall also all das spielt hier momentan eine sehr sehr große rolle und nix davon funktioniert und das ist halt der punkt wo es nach unten geht und wenn wir hier suchen wo wir ran laufen können wir haben ja hier auch dieses tief gehabt da ist der markt auch unten rein gelaufen jetzt geht es ein kleines stück nach oben aber wenn wir hier mal nach einer sehr sehr markanten marke suchen dann haben wir als nächste markante hier unten die 42 50 wenn wir uns mal noch im längeren verlauf anschauen ist das hier auch im monatsschat ein bereich wo wir das auch sehen dass der markt hier gehalten hat ansonsten der weg nach unten ist da weiter offen und wenn wir mal sehen das was wir hier sehen ist etwa etwas weniger als die hälfte von dem was da oben kam also wir sehen da kann noch viel 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 mehr kommen muss nicht aber kann von der seite hier haben wir einen schönen abwärtsgerichteten markt der uns hier definitiv noch kein ende ein zeigt und das ist das schöne das können wir im tageschart auch wunderbar zum schraden nutzen da ist es halt wirklich nur wichtig dass wir die verortung richtig sehen und dass wir an den richtigen stellen die richtigen dinge auch mitmachen deswegen hier einfach mal der blick hinein so jetzt schaue ich mal in die fragen rei wunsch charts habe ich an der stelle nicht das heißt ich würde hier an diesem punkt mit der großen schau über die wichtigsten indizes beziehungsweise das wti die sache beenden und dann gehen wir in den teil der edukation das video teile ich an dieser stelle wieder das heißt ich mache einen technischen break ich bleibe hier natürlich dran und dann können sich alle die den edukativen part im nachgang noch anschauen wollen das ganze natürlich auch wieder anschauen ich bin mal kurz am mikrofon leise und dann stelle ich das ganze um